herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei red & gamble ich spiele heute mal wieder free fire max aber ich habe seit samstag richtige internetprobleme ich weiß nicht warum guck mal das zeichen hier ist noch nicht ganz aufgebaut wenn ich jetzt hier in lan reingehe ich weiß nicht warum seit samstag solche internetprobleme ich habe schon am sonntag mit ein paar gespielt aber das war bei mir auch nicht gut gewesen das war sehr am rucking gewesen ich probiere es zu spielen ich weiß allerdings nicht wie gut das wird hier steht schon wieder timeout ja ich spiele battle royale und danach CS viel spaß ok die erste runde geht gleich los die letzten prozente laufen da noch ab ich werde gleich mal in der stadt gehen nachfragen was da los ist geht schneller wahrscheinlich gut dann dann fahren wir beim fundament an ich spiele das so wie immer mit meiner bisschen schwierigeren regel keine waffen wechseln und nur ich war schon hier dann hat er da hinten den rucksack eingesammelt erst mal da reinrennen und dann nicht da rein darunter ich sahen sie noch gar nicht richtig geladen das hatte ich auch am sonntag gehabt ich habe gespielt habe mich nur so auf freiem fläche hingestellt aber plop 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 eingesammelt obwohl das ging nicht plop 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 das ging auch plop plop auch ein bisschen länger zum einsammeln jetzt das war doch hier oder? Hab da gesehen wie langsam was einsammeln geht. Vorige ich sagte blop 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 und jetzt blop 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 blop. Ach, da er es falsch eingesammelt. Jetzt habe ich die Scar. Egal. Okay. Kann ich mir so mehr? Okay. schon wieder hoch so gekillte leute darf ich auch einsammeln so ja ok jetzt kann ich eigentlich nichts mehr einsammeln außer munition gibt es sonst was ich einsammeln könnte ich glaube nicht kommt ein lichter leise von mir ist er nicht gemacht aber da drinnen geht raus ist noch dahinter ok ich bin sowieso schon so gut wie voll ok Geld darf ich so einsammeln und pilze gibt es denn hier pilze ich finde keine pilze da ist ein pilz so dann haben wir alles also keiner hier schnell den pilzmampfen hier ne oh ich muss jetzt eine weite strecke laufen kein problem also ich habe jetzt mit der MP und mit der SCAR ist das glaube ich ja SCAR und MP habe ich schon ok fehlt nur noch die Schrotflinte und ich habe einen 2 Schuss das läuft besser wenn ich den einen schon mal anschieße dann ein bisschen laggy es geht noch noch kann man spielen na hier ist auch ein pilz brauche ich nicht mehr brauche ich nicht mehr oh da ja da rein da raus warte gehts ich will den nicht haben auch wenn da gute Sachen drin wären aber da ich keine Waffen wechseln darf brauche ich da ja auch gar nicht rein obwohl oh hier oben steht gerade die Leitung hier oben steht hier mal die Internetleitung die stand gerade bei 300 bei mir und jetzt gehts 12 14 da ist alles gut ich habe einen Froschenhals 50 306 544 400 was ist da los mit meinem Internet am Wochenende war hier Unwetter gewesen ich weiß nicht ich glaube da wurde irgendwas zerstört noch nicht das ist das ist das ist das ist das ist doch was du wir zu was du finden wo es was ist das war ich jetzt so eine kronen auf dem kopf bin ich der könig ich wollte noch gar nicht kühlen auch mensch das habe ich so viele leichen ist bestimmt nur kai und da passiert nichts so 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 leute schüsst du mit einer Schrohrflinte auf mich? oh nice ich nehme die 3 falsche Knöpfe angehabt das muss wieder komm her na super ach die Zone war schon da oh ich trottel ich trottel ich trottel ich bin in der Zone reingeraten na dann was soll ich dazu sagen ihr seid so ne dritter Platz war noch 2 KIs gewesen eigentlich hätte ich die auch locker geschafft naja was solls bis gleich ok eigentlich würde ich einen anderen Charakter spielen und andere Sachen anziehen aber irgendwie ich komme nicht in den Tresor rein Charakterliste wird klein aber ohne Charaktere oh ja 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 Das Filet muss ich dir noch abziehen. Ich habe auch denen schon einen Headshot gegeben. Das gibt es doch nicht. Ich habe dir noch einen Headshot mit 110 gegeben und dann... Boah. Der war unsterblich. Genau den da. Jetzt auf dem Boden. Na ja, was soll's. Was soll's? Die erste Runde ist immer so, ne? Die zweite Runde wird bei mir genauso sein. Was? Ach, ne. Ach, ne? Spring runter hier. Ah, nee. ok jetzt wird es spannender ich nehme meine mp5 sachen kaufen hier kriegt doch einer einen pilz der haben möchte schön dann renne ich einmal rüber nach rechts immer schon gucken beim vorbei laufen das gibt es doch nicht was mache ich denn jetzt ja jetzt für jemanden ja 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 ich ging 3 ja 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 1600 es war nur er besser als ich die hatte ich gerade auch noch gekillt naja ok gut dann war es das für heute die letzte runde war spannend gewesen gut da war es das für heute ich sage dankeschön für zuschauen ich würde mich freuen wenn euch nichts mehr mehr seit bis dann viel spaß und auf wiedersehen ciao ciao ja ja Untertitelung des ZDF, 2020